Oh, schön! Du fliegst, wie du fliegst? Wir kommen zu Rocket League! Zusammen mit... Hallerlo! Hey Rocket League, Freunde! Wir werden heute Ring spielen! Wir verlooten, der nicht ganz so gut ist. Bitte, liebe Leute, habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Maxify macht das heute. Maxify hat gefragt, hast du Lust auf eine Runde Rocket League? Und ich dachte mir, ja klar, kann er mir ein paar Tipps geben. Wie zum Beispiel, wie man fährt und so. Wie man fährt. Du verteidigst hinten, okay? Ich greife an. Das Besondere ist... Naja, was heißt das Besondere? Die Gegner sind halt Diamant-Gegner. Und Paluten würde ich vom Ski her in Silbe einschätzen. Paluten sieht gar nicht gut aus, aber... Ich hatte schon zwei Ballberührungen. Oh! Oh, wir haben gerade einen eingeschenkt bekommen. Der hat auch so ein krasses Auto! Guck dir mal sein Auto an! Warum hast du nicht so ein cooles Auto? Du musst mal dein Auto auch mal anfertigen. Ich habe heute das erste Mal gespielt. Nein, du sollst hinten fahren. Achso, ich dachte, ich soll hinten. Achso. Alles gut, ich bin da. Ja, ich glaub dir mal. Fährst du drauf? Ja, ich bin hinten. Ich fahr da. Ich fahr ein Boost. Ohne Boost kann ich das nicht machen richtig. Ja. Oh, der ist gut. Der ist gut. Das ist meiner. Das ist meiner. Das ist meiner. Das ist meiner jetzt. Oh! Ich wusste nicht, wie nah dran du bist. Wo warst du denn? Den hätte ich auch gemacht, oder? Den hätte ich auch gemacht. Guck mal da. Da. Da komm ich. Es tut mir leid. Ich hab ihn nie weggejoinkt. Nein, wir sind ja ein Team. Wir sind ja ein Team. Also, wie gesagt, Leute. Die letzte Session Rocket League ist bei mir ein Jahr her. Aber habt einfach Spaß, ja. Jetzt. Ich bin da. Okay, ich vertrau dir. Ich fahr mal ein bisschen rum hier. Ich bin eh. Du bist ja ganz hinten. Ja, ja. Du sagst, du bist da. Wo denn? Ich bin auch da. Genau. Ich warte halt, dass er jetzt gleich wieder. Und dann bin ich da. Nein! Der war so sick. Ah! Mal gucken, mal gucken. Mal looten. Mal looten. Ah! Okay, sehr gut. Ich hab ihn kaputt gemacht. Aber du bist jetzt alleine gerade. Ich hab ihn aber abgewehrt. Ja. Sehr gut. Jetzt schieß. Ja. Sehr gut. Oh, ja. Ja, er hat ihn abgewehrt. Okay. Ja, ich warte jetzt aber hier auf mein... Oh, 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 oh. Ach, du bist da. Sehr gut. Ich warte hinten. Okay, jetzt falle deiner. Schön. Jetzt nochmal. Komm, zieh durch. Nur du. Mach ich. Schade. Äh. Oh. Äh. Ja, ich bin vorne. Ich steh frei. Ja, ich flieg kurz mit dem Bein hier lang. Ja. Die haben mir den Boost geklaut, Paluten. Ich hab keinen Boost. Ja, kein Problem. Ey. Ich hab die gefankt. Nein, ich hab keinen Boost. Ich hab keinen Boost. Ich geh jetzt rein. Nein. Oh. Jetzt falle. Es ist frei. Ja. Let's go. Das war alles geplant von dir, oder? Ja, natürlich. Guck dir das so an. Oh, rein das Ding. Oh. Ich hab halt gleich keinen Boost mehr. Und der schieß glaube ich jetzt, oder? Ja, alles gut. Ich bin da. Ich nehme immer den Eckenboost, wenn der jetzt kommt. 3, 2, 1. Er kommt nicht. Hilfe, Hilfe. Jetzt ist er da. Oh nein. Oh nein. Noch 3 Sekunden. 2, 2. Ich fahr nach rechts. Ja. Wir sind Krieger. Das ist links, Paluten. Ja, das ist aber auch nicht leicht. Das ist ja spügelverkehrt. Alles gut. Hab ihn. Wir sind Krieger. Ja, jetzt mal. Jetzt geht er. Ja. Guck dir das an. Ich bin so smart, was ich gemacht habe. Guck genau, was ich gemacht habe. Guck mal. Warte, ich schieße. Jetzt guck auf mich. Ich fahr zu ihm hin und taue ihn weg. Dass er nicht halten kann. Ha. Ja, ja. Okay. Nein, 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 nein. Mal looten. Ich wollte es kurz spannend machen. Alter, was war das denn? Der geht noch. Er hat noch gehalten. Oh, was war das? Ich bin völlig ehrlich. Ja, wir gewonnen. Ja. Okay. Jetzt nach links. Jetzt nach links. Nächste Runde. Komm. Ähm. Ärgerlich. Oh. Das ist sehr gefährlich. Nee, nee, nee. Ah, okay. Nee, alles gut. Ich hab alles. Und er geht rein. Ja, sehr gut. 1-0. Ah. Ja, aber da fragt man sich mal wieder. Das wäre gewesen, wenn ich nicht den Fakey gemacht hätte. Ja. Ich finde das völlig verrückt, wie ihr fliegen könnt und den Ball treffen. Das ist Übung. Ich muss den immer... Ich brauch den immer so direkt vor meiner Nase. Ah. Ah. Fertig, hab ihn. Der hat mir... Warum hat der denn jetzt den... Warum hat der denn jetzt den... Ah, das stimmt. Ah. Ah. Schade. Ich fühle nur 1-0 verloren. Das müssen wir ändern. Wir müssen brauchen noch ein Tor für Sicherheit, weißt du. Ja, ja, klar. Okay. Fecke. Hopp. Jetzt einer. Ah, nein. Wir faken beide. Ja. Ich muss... Ich muss mal dran denken, wenn ich springe, diesen Boost zu benutzen, damit ich... Boah. Der ist auf. Ey Junge, du hast ihn einfach exkludiert. Guck dir an, ey. Pro-Spieler hier. Zack, zack. Und dann mal für 60 Nanook. Dann war ich ihn rein. Dann war ich ihn auch kaputt. Ah. Hab ihn eben abgenommen. Schön. Oh, oh. Das war nicht so gut. Obwohl. Da komm ich. Wuhuu. Oh. Aber ich wär da gewesen, Maximal. Guck mal. Oh, ich hab ihn ganz kurz da gefaked jetzt. Guck dich noch mal von hinten. Komm alle drüber jetzt. Da. Warte. Ja, guck. Siehst du mich da unten? Ja, ich hab ihn gesehen. Ja, ja. Ich wär da. Ich wär gewesen. Ach. Klau. Geht schnell nach vorne. Breit an der Wand ab. Oh, ich fahr kacke. Hopp. Ich hab... Oh, das, Mann. Schön, der Pass. So war auch gedacht. Oh, ja. Der geht, der geht, der geht, der geht. Ja. Die zweite Runde ist auch easy. Mann, ey. Wie ich sie fertig war. Ey, du bist fast dreistellig mit den Punkten. Oh. Ich schreib mal ein GG. Und nochmal, um ganz fies zu sein, schreib ich nochmal ein Easy noch. Learn to play. Verlooten? So kenn ich dich ja gar nicht. Hä? Ja, wenn die so mucken. Die haben dich doch unerprobeleidigt. Ja, wahrscheinlich. Aber ist ja egal, Mensch. Wir sind intellektuell auf einem ganz anderen Niveau, weißt du? Nee, ich nicht. Ach so. Okay. Intellektuell. Was? Was? Intellektuell, Alter? Okay. Wir spielen gegen den Roboter-Clan, ne? Das ist ein Roboter-Clan. Hey, Reiser wie Robert und Geely wie Robert. Deiner. Da steht aber Bot. Au. Sind das Bot? Nein, nein. Nicht? Nein, das sind keine. Oh. Ah. Das hat ja keiner gesehen. Deiner. Hallo. Gesehen? Maschine. Oh, der geht genau zu ihm hin. Ja. Oh, der fliegt auch so. Oh, Alter. Die machen ganz schön Druck gerade, ne? Merkst du das? Ja, ja, aber ich hab ihn. Und der geht, glaub ich, rein. Oder auch gegen mich. Oh. Oh, Windfasten. Okay, Palle. Du hast ihn? Ja. Der will schon frei gehen. Ich flieg hin. So, ich brauche aber Boost leider. Schön, Alter. Palle, du glänzt ja richtig gerade in der Defense. Danke, danke. Ja, ja, ich blühe auf. Ich blühe auf. Einmal auf Manuel Neuer. Fährst du drauf? Nee. Doch. Ja, okay. Schön. Guck dir das an. Maschine. Ich fahr daneben. Egal. Das ist deine Runde jetzt. Das war vielleicht, der Pinch vielleicht nach hinten war nicht so smart von uns. Aber der ist nicht drin. Fahr, Fahr, Fahr. Nein. Oh, oh, oh. Ich hab dich weggeschirmt, tut mir leid. Kein Problem, ich verzeihe dir. Und Palle. Bam, hast du gesehen? Du kriegst das schon hin. Ich war genau hinter dir. Alter, ich hab so'n Boost in der Luft gemacht und den Ball sogar getroffen dabei. Oh, da kommt der Ball jetzt rein. Hinten. Das ist das. Das ist das. Oh, oh. Schade. Du bist hinten. Oh, oh. Der geht daneben. Oh. Hallo. Wie ist das im Tor? Ja, gut. Oh, oh. Oh. Kleinen Becken. Okay, Palle. Der geht drüber. Alles gut? Da hast du ihn. Geh genau auf ihn. Oh, nein. Guck mal, wie anlucky das war. Ja. Aber da war ich leider. Ich wollte den Boost. Guck mal, ich halt ihn. Er fick ihn in die Latte und dann ging mich wieder gegen und dann rein. Das ist halt ein eingespieltes Team. Merkt man voll. Ja, ja. Das stimmt. Aber wir sind eingespielter. Ja. Geht er rein? Oh, nein. Geht er rein? Nein. Ah, Mist. Finde dein inneres Team. Wir schaffen das. Fahr nicht hin. Bleib im Tor hinten drin, okay? Okay, okay. Okay. Okay, scheiße. Jetzt fahr drauf. Okay. Oh. Ja. Einfach besser. Sehr nice. Sehr gut. Sehr gut. Aufholjagd. 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 Ich hab keine Boost, Palle. Ja, ich komm. Hab ich. Sehr schön, sehr schön. Komm, bitte boost, bitte boost, boost. 10 Sekunden nur noch. Ja, ich weiß. Der Druck ist hoch. Hallo, Deiner. Einer meiner, mach ich. Nein! Der hat ihn nochmal berührt. Nein! Nein! Ich hätte ihn fast, das müsste er an der Linie. Ich hätte den Abrident reinmachen können. Kacke. Ah, GG. Okay, Leute. Das war's mit Rocket League zusammen. Lieben Palunen. Yeah! Lass gerne dann nach oben unten ein Abo. Dafür mehr Rocket League. Schaut doch bei Palunen vorbei. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Der hat dazu auch ein Video hochgeladen. Und ich würde sagen, das war das Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.